Hallo YouTuber und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Clash of Clans und mit einem weiteren Kriegsreport. Der letzte ist ja jetzt schon Jahre her, Jahre, Jahre und dieses Mal gibt es deswegen eine, im Vornherein würde ich mal davon ausgehen, XL-Folge, das heißt länger als sonst, zumindest ein bisschen und auch direkt mit zwei Clarenkriegen, weil jetzt einfach schon der zweite gelaufen ist, es war wirklich zu lange. Das hatte einfach den Grund, wie gesagt, ihr habt es ja mitbekommen, vielleicht in letzter Zeit, Internet spackt rum, dann wenig Zeit und das Lustige ist, ich weiß nicht wie es ist, wenn ich mal keine Zeit habe, da bin ich halt auch nicht zu Hause, aber wenn ich Zeit habe, spackt das Internet fast immer rum. Vodafone hat gesagt, bis Ende der Woche klappt das, ich bin gespannt und kann auch sein, dass jetzt der ein oder andere Cut kommen wird, wenn mal wieder das berühmte WLAN-Signal kommt. Und ansonsten gehen wir jetzt einfach in den ersten CW rein, da gab es eh nicht so viele Kämpfe, die ich euch wirklich zeigen möchte und deswegen passte das vom Timing eigentlich ganz gut und wir gehen trotzdem jetzt in meinen ersten Fight. Was ich noch kurz loswerden wollte, der ein oder andere hat schon gesagt, er hätte gerne wieder mehr Rathaus 9 Gameplay. Ich werde in Zukunft darauf achten, vielleicht den einen oder anderen Rathaus 9 Kampf mehr zu zeigen. Eigene Rathaus 9 Kämpfe ist im Moment wirklich schwierig für mich, klappt halt nicht mit einem Rathaus 10 Account und einem Rathaus 9er, den ich im Moment nicht so zügig leveln kann, wie ich gerne möchte. Und 3 Sterne Angriff auf Rathaus 10, da möchte ich eigentlich auch zeigen und meine Kämpfe, ja, im Normalfall auch, weil ich da dann noch die Gedankengänge dazu erklären kann und deswegen. Joa, ähm, ich habe 2 Hawks mit, um die, ähm, Clanbook zu locken. Irgendwann. Vielleicht. Oder auch nicht. Oder doch. Ich hasse es. So. Da, Hawks. Und die Clanbook wird gelockt. Dann setze ich die Queen da oben. Und ihr seht es da, ich hab 3 Heiler dabei. Das ist jetzt kein richtiger Queen Walk, aber ich möchte ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, wie das so mit dem Queen Walk ist und deswegen mach ich das im Moment. Es ist einfach so, ob ich jetzt hier mit der Queen und mit den Heilern 2 Sterne hole oder auf andere Art und Weise, ist nicht wirklich entscheidend. Und da ich im ersten Angriff gegen so eine Base für mich im Moment auch keine Chance sehe, da irgendwie 3 Sterne zu holen, mach ich es einfach so. Die Queen räumt da oben schön auf, holt ein paar Prozente, wird von den Heilern hochgehalten. Währenddessen habe ich hier angefangen, die Golems zu verteilen, die Magier hinterher, Loch rein, König hinterher. Dann passiert jetzt gleich was etwas Dümmeres. Die Queen wird gleich vom X-Bogen anvisiert, das war nicht so geplant. Dadurch geht sie jetzt gleich leider down und sonst hätte sie dann noch deutlich mehr Prozente geholt. Hier, der Sprungzauber von mir kommt ein Ticken zu spät. Der Frost sitzt dafür relativ gut. Und dann fällt jetzt gleich auch das Rathaus und da die Queen einfach draußen schon richtig gut Prozente geholt hat, ist es natürlich dann auch keine Kunst, da dann den 2. Stern zu holen. Beziehungsweise der 2. Stern ist ja jetzt schon da. War, ich habe aber noch 2 Riesen mit, die waren für die Queen gedacht, damit die ein bisschen weggetankt wird. Habe ich in der Eile irgendwie nicht so richtig dran gedacht, muss ich zugeben. Und dann beende ich das auch. Wozu soll ich die anderen Truppen da noch setzen? Das hätte eh nichts mehr gemacht, außer ein paar Prozente mehr. In dem Moment hatte ich einfach gedacht, reicht, passt, okay. Und würde ich sagen, gucken wir in den 2. Kampf. Das war wieder ein Rathaus-Szener. Und ich hatte Lust, den zu sweetstaren. Und ich... Das war der 2. Angriff. Der 1. Angriff wurde mit der gleichen Armee gemacht, wie ich sie habe. Nur wurde da nur die Königin auf 32 benutzt und der König nicht. Und es waren irgendwie um die 75%. Und dann dachte ich mir, hm, du hast einen König dabei, du hast eine 39er Queen. Dann könnte das noch eventuell auch für 3 Sterne reichen mit der Taktik. Also einfach mal probiert, diese 7 Golems. Normalerweise 4 Sprung, in dem Fall nur 3. Dafür ein Freeze dabei. Und rein. Da ist es etwas blöd gelaufen. Ich wollte den Golem eigentlich in die Mitte haben. Der läuft dann leider nach da. Ich habe zum Glück noch 2 dabei. Queen wird vorgetankt. Und ich lasse den König noch zurück. Ich behalte ihn noch. Ähm, weil ich ein bisschen Panik davor hatte, dass der Single Inferno dann auf den König geht. Oh nein, der König... Nein, doch, jetzt kommt der König. Ich wollte doch sagen. Der kommt jetzt erst. Eigentlich auch doof, die Seite zu wählen, wo die Lufteinheiten auf den König schießen können. Und wo es noch dauert, bis die Magier sich darum gekümmert haben. Der Single Inferno lebt einen Ticken zu lange, muss ich sagen. Den hätte ich vielleicht anders freezen müssen. Äh, äh, eher später. Und nicht so früh, wie ich ihn gefreezt habe. Der Giftsauber sitzt nicht ideal. Ähm, die Skelette überleben da noch. Und überleben, überleben. Ich weiß, der Giftsauber war für andere Skelette gedacht. Aber durchs Replay hätte ich das wissen können, habe ich aber nicht dran gedacht. Leider sind hier oben schon alle Truppen kaputt. Die Queen ist jetzt im Bedrängnis. Zu früh bei 66%. Da muss ich sie zu früh zünden. Hätte die gute Länge überlebt. Ja, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Aber so reicht es dann leider nicht für die drei Sterne. Jetzt hat sie sich gerade nochmal so gerettet. Der Golem tankt noch den Bogeyturm, aber nicht den Tesla, wo die Königin dann steht. Und so ein Tesla brutzelt dann halt die 39er Queen mal eben fertig. Und damit waren es leider nur zwei Sterne. Ein bisschen enttäuscht war ich schon, aber... Was willst du machen? Passiert halt. Und gewonnen haben wir den CW sowieso. Die vier, die ich gemacht habe gerade, wurde dann auch noch das Reestar von unserer Nummer 1. Allerdings muss man dazu sagen, das sind halt 40er Helden. Ich glaube, mit meiner Taktik hätte mit 40er Helden, mit dem 40er König wahrscheinlich auch funktioniert. Den muss ich euch natürlich zeigen. Ein Reestar auf deren Nummer 1. Auch hier Queen Walk. Die Queen wird hier in dem Bereich einfach niemals von zwei oder... Ja doch, von zwei vielleicht schon gleich, aber niemals von drei Single Point Gebäuden angeschrieben. Also Single Target. Sprich sowas wie Single Inferno, X-Bogen, Kanone, Bogieturm, Magierturm, Mörser zählen natürlich nicht dazu. Und Flugabwehr sowieso nicht. In dem Fall. Also gegen Lufteinheiten schon, aber in dem Fall nicht. Die Luftabwehr schießt ja schon auf die Heiler, aber die Queen ist schnell genug. Jetzt sind es zwei. Und ihr seht, sie geht langsam zurück, aber dann wird der Golem gesetzt, sodass nicht noch die Kanone und der andere Bogieturm auf die Queen schießen. Die eine Luftabwehr ist schon für den Lava-Loon-Angriff weggeräumt. Was jetzt natürlich noch fehlt, gegnerische Queen und die Clanburg. Der Golem tankt da wunderbar weg. Und Loch reingesprengt, König hinterher. Tesla kaputt. Und dann kümmert sich seine Queen noch um die Clanburg und um die gegnerische Queen auch noch. Der Heilsauber, den er da gesetzt hat, der war ein Heilsauber oder war das der König-Boost? Ich bin mir gerade nicht sicher, wenn es ein Heilsauber, Wutsauber, wenn es ein Wutsauber war, war der nicht ideal. Und dann beginnt der Loon-Drop mit vier Haste-Swills auf Level 3. In dem Fall mit Sicherheit nicht verkehrt. Der Freeze sitzt einfach perfekt. Die sitzen beide richtig, richtig gut. Und jetzt haben die Loons einfach Ruhe. Sie können richtig schön Damage auszeilen. Der Multi-Inferno stirbt jetzt. Und die X-Bögen sind auf Boden und damit passt es einfach. Der Queenburg am Anfang hat relativ lange gedauert. Dafür war der letzte Teil dann wirklich sehr, sehr kurz. Ein Lava-Hund von ihm. Zwei, oh mein Gott, zwei Lava-Hunde leben noch. Na, der eine könnte jetzt explodieren. Explodiert er noch? Nein, er explodiert leider in dem Moment nicht. Da wäre es sogar fast besser gewesen, er hätte den Haste-Swills sich gespart und hätte ihn später gesetzt. Dann hätte er noch ein paar Welblinge mehr gehabt zum Aufräumen. Aber da er auch noch ein paar Lakaien dabei hatte, kein Problem. Die Heiler stehen da ein bisschen unnütz rum. Aber das ist normal. Luft-Einheiten heilen sie ja nicht. Und der Boogie da ist unversehrt. Und dann können wir vorspulen. Und sehen einen wirklich sehr, sehr, sehr schönen Drei-Sterne-Raid. Also finde ich richtig, richtig nice. Richtig gut gemacht. Sowas will ich dann später auch mal machen und können. So, ich hatte mir mal dieses Mal ausnahmsweise die Nummern vorher rausgesucht, die wir uns angucken wollen. Wen hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? War dieses Mal, in dem Zivil war es wirklich sehr mau. Also die Karte sah nicht so besonders aus. Den Angriff hier kann man zeigen. Auch hier, Queenwalk. Und, ähm, es ist zwar ein Rathaus 9-5, weil ihr seht das, ein 31er König, 30er Königin, 5 Zauber. Aber, trotzdem finde ich, ist der einfach saugut gemacht. Also da oben erstmal der Queenwalk. Auch hier, wirklich, die Verteidigungsgebäude, die Single-Target-Gebäude stehen alle so weit auseinander, dass die Queen in Ruhe, richtig in Ruhe da Prozente holen kann. Schon mal die erste Verteidigungsgebäude wegnehmen kann. Mögliche Spots für Riesenbomben rausnimmt. Die Frage an der Stelle ist natürlich, wie hätte das auch mit Rathaus 9 geklappt? Und ich bin mir da nicht ganz sicher. Es wäre auf jeden Fall sehr schwierig geworden. Eventuell hätte es aber geklappt. Loch reingesprengt. Golems rein. Sprungzauber. Die Heiler wandeln in der Zeit schon mal zu den Golems. Ähm, den Giftzauber, äh, er macht ja auch noch hier ein Hog-Part. Hätte man vielleicht besser für Skelette nutzen können. Er setzt sie hier einzeln, aber so. Es ist einfach, es ist perfekt. Diese Stelle hier ist perfekt, damit auf allen drei Gebäuden, äh, die da stehen, Heilwirkung kommt. Und er setzt ihn halt dann auch so perfekt. Und so braucht er wirklich nur sehr wenige Hogs. Ich glaube, er hat zehn Stück, um da alle Verteidigung hier unten wegzuräumen, inklusive dem Magier-Turm. Und dann auch noch die Luftabwehr, da einen Spot auszulösen, dann in die Mitte springen zu lassen, da den, ähm, Tester wegzunehmen. Und dann sterben sie dank der Riesenbombe. Hier oben, ähnliches Bild, die anderen Schweine, der Heilsauber sitzt, nicht ganz so perfekt, aber immer noch gut. Ihr habt es vielleicht gesehen, der hätte einen Ticken weiter nach unten gemusst. Und auch da ist eine Riesenbombe, er hat schon relativ viel Pech mit dem Auslösen der Riesenbombe. Aber, 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 es reicht einfach, es ist perfekt abgestimmt. Und da muss man sagen, wirklich, good job, also, starker Angriff, auch wenn es Rathaus 9-5 ist. In dem Fall, egal. Also, trotzdem wirklich stark. Und einen habe ich noch aus dem CW. Glaube ich. Hier seht ihr es, das meinte ich mit schwach. Hier sind Rathaus 9er offen, das ist, oah, da wird einem ja schlecht. Und von dem guten hier, werdet ihr in Zukunft wahrscheinlich öfters Angriffe sehen. Der ist einfach ein Hockmeister, also er kann das echt gut. Hier unten mit den Golems rein. Mit Magiern dahinter aufräumen. Die 25er Queen, die natürlich auch schon sehr stark ist für Rathaus 9. Von hinten schon mal aufräumen lassen. Er wusste natürlich, wo Riesenbomben liegen. Zumindest ein paar, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe mir nicht angeguckt. Was er wusste. Der Sprungzauber meiner Meinung nach sitzt nicht perfekt. Wenn das so Absicht war, dass die abdrehen, die Truppen. Okay, ich wüsste allerdings nicht, warum. Damit der Magier geschützt wird, kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann setzt er da oben. Er fängt jetzt schon an mit dem Hock. Mit dem Hock. 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 Zweite Reihe. Und da überlappen die sich gleich sogar ein bisschen. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil der Angriff einfach perfekt durchgeplant ist. Und wenn so viele Hockstern im Heilsauber stehen, da ist der Damage quasi für die Katz. Die Gebäude schießen drauf und da fliegen auch einige Schweine. Aber es ist einfach egal, weil die Hockstar jetzt richtig gut regeln. Es ist quasi perfekt abgestimmt, weil wenn ihr seht, es leben nicht mehr so viele Hocks. Es kommt dann noch eine Riesenbombe. Hier bei dem Bogeyjom hätte er wohl ein Schwein mehr gebraucht. Er hatte nicht mehr viel. Und ich glaube, die sterben jetzt, die Hocks. Ja, jetzt sind die Hocks kaputt. Aber er hat genug zum Aufräumen. Dazu hat er noch Magier. Draußen zwei Stück, die aufräumen. Der König ist halt noch ungezündet, kann also noch richtig schön wegdenken. Oder könnte. Die Mini-Golems hauen jetzt auf die Mauer. Das heißt, die machen nicht mehr viel in diesem Kampf. Jetzt wäre vielleicht noch ganz schön ein Magier hier unten rechts bei der Kaserne. Aber es reicht halt trotzdem. Aber damit wäre es dann vielleicht nochmal weniger knapp geworden. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Aber es war schon wenig Armee über. Aber es war halt perfekt getimt und alles. Also wirklich wunderschöner Angriff. Daumen nach oben für dich, mein Freund. Und ich würde sagen, er ist als CW abgehakt. Nach 14 Minuten oder so, kommen wir zum Zweiten. Kommen wir zuerst. Wieder zu meinen Angriffen. Auf die Nummer 3. Erstangriff. Auch dieses Mal wieder nahezu magst. Ja, ich weiß, die X-Bögen und die Mauern, bla bla. Aber die wichtigen Gebäude sind nun mal gemagst. Überwiegend. Kanonen auch noch. Ja, Mörser. Okay. Ja gut, er ist noch nicht gemagst. Aber zumindest die starken Gebäude, die mich davon abhalten, hier mehr als zwei Sterne zu probieren. Ich habe da oben wieder mit dem Queenwalk angefangen. Wie gesagt, im Moment will ich das ein bisschen üben. Hier unten dann mit den Golems angefangen. Relativ viele Golems. Magier. Dann wird da oben die Clanburg gelockt. Das ist nicht so ganz gelaufen, wie ich dachte. Die hatten wirklich komische Clanburg-Befüllung. Und meine hatte dann natürlich eine Valkyre und einen Drachen drin. Äh, zum Kotzen. Ähm. Und die Sprung sauber sitzen, denke ich, nahezu perfekt. Für das, was ich vorhabe. Die Queen läuft jetzt quasi. Das war genauso geplant, wie es... Also ist genauso gelaufen, wie ich es geplant habe. Die läuft jetzt zu dem Rest der Armee und hilft dann damit. Und 48% habe ich schon. Und ihr seht, was da noch lebt. Natürlich wird das, äh, ein Two-Star. Für drei Sterne fehlt noch zu viel. Dann hatte ich Pech, dass der, ähm... König auch quasi direkt als erstes im Visier war. Vom Single-Inferno auf der anderen Seite. Hätte man natürlich überlegen können, von der anderen Seite ranzugehen. Ähm. Es gab einen Grund, der dagegen spricht. Aber ich weiß ihn gerade selbst nicht mehr. Aber... Ich glaube, es war ja nur ein Zwei-Sterne-Angriff. Und mein Gedanke war, von der Single-Infernung kann mal eher was schief gehen. Dass da schnell der König oder die Queen im Visier ist. Und dann wird es halt nur ein One-Star. Und das wollte ich halt nicht. Habe ich die Königin überhaupt gezündet? Ja, stimmt, da oben. Aber durch ein Single-Inferno stirbt sie dann relativ schnell. Dann setze ich dieses Mal nochmal eine Lakaien, die aufräumen. Und holen auch relativ viele Prozent hier. Da oben, sehr schön, wie die Lakaien da jetzt die Gebäude wegnehmen. Während der Golem einfach mal immer noch den Magierturm wegtankt. Und die schaffen es jetzt einfach, die Gebäude wegzunehmen. Und der eine Minion schafft es dann auch noch, den Magierturm wegzunehmen. Und so werden das am Ende 70 Prozent. 72, glaube ich sogar, mit dem da unten. 71, okay. Aber ich denke, das ist okay für den ersten Angriff. Kann man mit leben. Zweiter Angriff gegen einen Low-Rathaus-10er, bei dem bei mir nicht alles perfekt läuft. Hier unten setze ich den Riesen. Dahinter die Queen. Und vor allem vorher Mauerbrecher, damit ein Loch drin ist in der Mauer. Um die Luftabwehr zu kriegen. Die süße, putzige. Sechser, äh, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist eine Sechser-Luftabwehr. Setze dann noch einen in den Riesen. Zünde dann die Queen. Dadurch geht der X-Bogen erstmal auf den Riesen. Ich war mir halt nicht sicher, ob ich das brauche. Hätte es halt nicht gebraucht, aber war mir sicherer. Währenddessen habe ich da oben angefangen, Golem. Magiers aushillen, um frei zu räumen, damit der König gleich bloß zur Queen zieht. Mauerbrecher. Die schönen Sechser-Mauerbrecher, die ich jetzt habe, die wurden während des Kriegs fertig. Ich habe sie also nicht freigejamt, keine Sorge. Und dann König zünden und die Gebäude wegnehmen. Währenddessen, beziehungsweise dann, setze ich aus für den Luhn, statt einem Lava-Hund, den ich setzen wollte. Der jetzt so fliegt und der andere fliegt so. Da seht ihr, wie viel der eine Lava-Hund einfach fressen muss. Ähm, der feindliche Lava-Hund wird ignoriert, wie ich das im Moment gerne mache. Ich hasse die Dinger in der Clanburg. Die Wutsauber, denke ich, sitzen okay. Äh, der Freeze war scheiße. Den hätte ich mir für später aufbewahren sollen, für hier unten. Bei den Teslern und dem Magiaturn, glaube ich, wäre es besser angebracht, oder wäre es angebrachter gewesen hier oben. Das hätte ich auch so geregelt. Setze dann die letzten Loons von hier oben. Den einen Lava-Hund habe ich vorher geschickt, aus der Clanburg, hier unten. Damit der da langfliegt und Fallen auslöst. Ja, toll. Die Luftmine hätte er ruhig mal mitnehmen können. Und jetzt ist der eine Inferno halt die ganze Zeit auf meinen Loons. Und der brutzelt und brutzelt und brutzelt und brutzelt. Aber es sind noch zu viele, die auch dann noch von dem Wutsauber profitieren und schnell da hinkommen. Und dadurch fällt er. Der gegnerische Lava-Hund kann nicht viel machen. Ich setze in der Zeit meine Laka ein. Habe noch einen Loon, den ich links setze, damit der Gebäude aufräumt. Und dann wären es drei Sterne. War jetzt nicht so überragend, würde ich sagen. War okay. Hatte sogar noch einen Giftzauber dabei. Ich wusste ja, dass ein Loon drin ist. Und ich wusste, mit dem Skelettfallen war ich mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich den Giftzauber gewählt. Kann man gegen beides benutzen. Aber vor allem, wenn der Lava-Hund geplatzt wäre, hätte das deutlich mehr Aua gemacht, als das so getan hat. Und deswegen dachte ich mir, wäre das ganz sinnvoll. Drei Sterne waren schön. Aber vor allem der Sieg hat mich sehr gefreut. Wieder. Und dieses Mal sieht es im Rathaus 9er Bereich auch wirklich besser aus. Und im Rathaus 10er Bereich, ja. Das sind zwei Sterne Angriffe. Wurden, glaube ich, auch gar nicht nochmal probiert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier wurde es nochmal probiert. Da hat es nicht ganz gereicht. Ich habe es nochmal probiert. Da hat es geklappt. Und ich weiß gar nicht, der andere Angriff war, glaube ich, 1... Ja, genau, war ein One-Star gegen die Nummero 1. Mit relativ vielen Prozenten. Da lief es halt nicht ganz so ideal. Das waren mehr Sexen, Max Witches. Ähm, ja. Aber andere Angriffe, die ich euch zeigen wollte. Und Nummero 6. Ich sagte ja, von dem guten kriegt ihr jetzt öfters was zu sehen. 28 Hox dieses Mal. Also er variiert auch sehr stark mit der Anzahl der Hox. Ähm, ich glaube, zwischen 12 und 30 ist bei ihm alles möglich. Und das ist auch genau richtig. Man muss sich auf die Base einstellen und nicht hoffen, dass die Base für die Armee passt. Ist einfach so. Da rechts sterben ihm ein paar Magier zu viel, meine ich. Da hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen sparsamer umgehen können. Die gegnerische Queen fällt halt richtig schön schnell. Und dann setzt er hier oben Riesen. Und setzt die Hox dann. Ähm, wenn ich ehrlich bin, frage ich mir, was der Riese da oben sollte. Fällt mir mal so gerade auf. Er setzt also hier auch dann mal die Hox eher zusammen. Und nicht so Surgical-mäßig, wie er es sonst oft tut. Muss ja auch nicht. Also ich sag mal so, Surgical ist ein... Wobei Glück ist dabei eigentlich fast nichts. Man kann das fast alles planen. Deswegen... Ich finde das hier auch fast, wenn man weiß, wo die Riesenbomben liegen und so weiter, fast noch schöner als so Surgical. Also für den Ausführenden ist es etwas einfacher, glaube ich. Man muss nicht ganz so viel denken. Und da fliegen ein paar Schweinchen. Also beim Kampf nicht so viel denken. In der Vorbereitung kostet das immer noch Zeit. Und dann ist alles weggeräumt. Die Queen lebt noch, ist sogar noch zündbar. Die Hox räumen unten auf. Da oben ist noch Magier. Und, ähm, ja. Dann zündet er die Queen, während sie auf dem Lager ist. Was sinnvoll ist, weil dann... Die Fähigkeit mehr zum Tragen kommt, als wenn sie bei jedem Schuss wechseln muss vom Gebäude. Wunderschöner Angriff. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Jetzt ein Erster Angriff. Queenwalk kennen wir ja irgendwoher. Gab's ja jetzt schon ein paar Mal. Dieses Mal, aber nur mit zwei Heilern. Die da unten ein paar Prozente holt. Aber vor allem jetzt gleich... Von den Golems getankt wird. Und jetzt... Sie hat schon die Prozente geholt. Und holt jetzt halt auch noch die Verteidigungsgebäude weg. Und bleibt jetzt auch hier draußen. Da wüsste ich gerne, wie er es geplant hat. Hätte ich gerne mal... Hätte ich mal fragen sollen. Jetzt geht die Queen nämlich außen rum. Und dann seht ihr, was sie in der Klambuk haben. Es ist schon... Nichts für ungut. Liebe UK999-Mitglieder, aber... Eine Hexe. Im Zeitalter der Giftzauber. Das ist ein Paradies. Das war ja der erste Angriff. Und dafür war es halt wirklich ein übelstes Paradies. Dieses Mal... Ähm... Nur mit zwei Schweinen, die er jetzt da oben setzt. Die hätte er sich wahrscheinlich fast sparen können. Hier regeln halt jetzt wirklich die Hexen. Und die... Der Queen Walk ist hier auch extrem wichtig. Er hat sich zwar gerade gezündet, aber... Guckt euch das an. Diese ganzen Verteidigungsgebäude, die die Queen da jetzt weg holt, die stören einfach die anderen Truppen nicht. Und das ist wichtig. Der eine Heiler lebt auch noch. So kann er die Queen jetzt noch ein bisschen hoch rein, während die hier draußen auch schon die Prozente sammelt und die Gebäude zerstört, die sonst auch aufhalten, weil das sind nun mal Lager. Und Lager haben viele HP. Jetzt gleich wird sie sterben. Da ist der Bogieturm einfach zu stark für einen Heiler. Der Heiler fliegt jetzt in die Mitte. Und heilt dann den Golem hoch. Oder die Golems, die da sind. Ich glaube, das sind noch Mini-Golems. Die anderen Truppen kümmern sich jetzt um die Queen, die stirbt. Jetzt müssen sie durch die Mauer durch. Aber dadurch, dass der Heiler die Golems einfach hochheilt, wechseln einfach der Bogieturm und auch alle anderen Gebäude nicht mehr ihr Ziel. Und, ja okay, hochheilen glaube ich nicht, aber er hält es relativ auf dem Niveau, das sie haben. Und so können die ansonsten, wenn er heilig gewesen wäre, wären die Hexen gestorben. Mit Sicherheit dadurch, dass der Golem gestorben wäre und das Ziel vom Magierturm gewechselt wäre. Magierturm gegen Hexen I. Sage ich da nur. Und dann regeln einfach mal die Skelette. Die Hexe wurde hochgeheilt vom Heiler. Oder beide. Das schafft er leider nicht, der Heiler. Aber dafür jetzt wieder beim Golem. Die Skelette regeln das. Und es war auch beim Timing sehr knapp. Ich glaube 2 Minuten 58 oder so. Aber stark. Also die Base war für Hawks einfach so an sich schwierig, glaube ich. Ja, wobei, ja, es geht mit Surgical, wird was gehen. Aber ich finde das so wunderschön gemacht. Und nochmal Rathaus 10. Dieses Mal wieder mit 18 Hawks. Ein bisschen lower dieses Mal. Allerdings hat der Gegner schon ganz gut ausgebaut. Muss man mal sagen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Da setzt er die Hexen. Schön Skelette produzieren. Helden hinterher. Da rechts, beziehungsweise hier an der Flanke freigeräumt ist, interessiert das die Helden auch nicht wirklich. Das haben die Magier gut gemacht. Der Sprungzauber sitzt schön. Auch hier eine Hexe in der Clarenburg. Selten dämlich, die Leute. Ich weiß nicht, ob das der erste CW von denen war nach dem letzten Update. Oder ob die einfach gerne Dunkles spenden wollen. Hier bei dem Angriff muss ich sagen, der Riese da rechts war okay. Aber der hier oben ist jetzt ein bisschen Quark. Jetzt schießt die Kanone. Den hätte man meiner Meinung nach anders setzen sollen. Entweder ein bisschen vom Timing anders, sodass die Kanone, die hier stand, und der Bogieturm, die jetzt gefallen sind jeweils, auch noch drauf schießen. Oder weiter oben damit und später damit jetzt die Gebäude da nicht so nerven. Aber es sind halt nur Zweier-X-Bögen. Und ansonsten war der Angriff hier sehr, sehr schön gemacht. Auch hier der Heilsauber wunderbar gesetzt. Wunderschön, wirklich. Dann kommt da jetzt eine Riesenbombe, glaube ich, zum Vorschein. Ja, da. Sogar eine Doppelte. Und ein paar Hawks sterben auch, glaube ich. Oder zumindest ein, zwei. Ich bin mir nicht sicher. Skelette waren da. Also dieser Geist, der dann aufsteigt. Die restlichen kümmern sich allerdings noch um den Bogieturm und somit ist sämtliche Defensive kaputt. Ein paar leben noch. Da hat er noch Magier gesetzt. Zwei Mauerbrecher hat er auch noch. Die könnten auch noch aufräumen. Hier unten ist ein Magier. Ganz wichtig, der noch Prozente sammelt und Gebäude wegräumt. Die Queen lebt noch. Die Hawks räumen da oben auf. Und das Spiel nimmt seinen Gang. Und ich drücke die Lautstärketaste. Zweimal. Und es waren drei Sterne. Und ich denke, das soll es für diese XL-Folge auch gewesen sein. Ich schätze mal, nach dem Schneiden und so sind es 25 Minuten oder so. Ich denke, das ist okay. Es waren dieses Mal zwei CWs, aber sie waren halt... Der erste war zumindestens... Na, muss man nicht zeigen. Ich hoffe, der nächste CW wird besser. Ich möchte euch da aber nicht zu große Hoffnungen machen. Mal schauen, was das gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.